für vertrag wäre zunächst der südafrikaner gary bennett aus südafrika zu zählen zu den führenden nationen er war zweiter bei der wahl zu mr universe 95 das zeichnet ihn aus dem südafrikaner ist ein breiter latissimus zu erkennen südafrikaner sind recht kurzfristig angereist wenige tage zuvor und dann sind sie auch sofort nach der veranstaltung wieder abgereist australia und us-amerikaner haben sich da mehr zeit genommen und es könnte ein stressfaktor natürlich auftreten